hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen heute ein game namens it moves und wir gehen einfach mal direkt rein ins geschehen und ja leider gottes ist das game auf englisch es ist ein 2d horror game und wir schauen uns einfach mal an worum es hier geht video games ja okay das bin ich kann ich mich bewegen ja hier okay gesteuert wird es wohl mit den pfeiltasten ja wir bleiben mal hier dabei und ja wir gucken einfach mal was man hier machen kann ok voller spielzeug und irgendeinem anderen zeug das ist ein wolf ok i can't prove that what bla 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 ach gott ich und englisch entschuldigt mich bitte dafür aber ich werde das nicht vorlesen denn das hört sich dann an wie irgendein kauderwelsch hier kommen wir nicht schlank das ist das zimmer von meinem bruder ok dann ist das mein vater ist das meine mutter ja ein ventilator ein mann mit was ein mann mit einer keine ahnung was das heißen soll keine ahnung was das bedeutet ähm ja ok ich bin acht jahre alt hab einen fünfjährigen bruder so was irgendwas haus verlassen schlafen gehen ich sprich hier nicht durch oha es klopft wir müssen den sound doch noch mal ganz kurz etwas höher stellen ähm das und das ja bin ich mal gespannt so mama sagt gute nacht schlaf schön mein sohn lass dich nicht von den bettwanzen beißen kappt schein ja weiter natürlich speichern was ist das haus in dem ich lebe kleines wasserloch mhm ob das so gut ist ok da wird was gekocht oh lol das bild da hinten bewegt sich holy ja komm wir gehen mal runter ähhhhh ok das ist ein pilz ok kische keine fackel oder so ähhhhh ja wo bin ich hier gelandet wir gehen erstmal hier hinter ja da geht es nicht weiter da geht es nicht weiter uahhhh du elendes what ach jetzt muss ich auch noch Rätsel lösen oder wie ah jetzt oh ey komm erschreckt mich doch nicht so ja also dieses game ist nichts für schwache nerven kann ich euch gleich sagen aber es gefällt mir irgendwie da war schon wieder so eine fratze ich stelle euch mal ganz kurz den sound hier drin ein bisschen lauter denn hier werde ich auf jeden fall den in game sound beibehalten ja gut hilfe was ist denn das ne ne geh weg gehst du ähhhhh ok das kam ja unerwartet kann ich jetzt bei meinem Bruder rein nein ne mami lass mich unter deine Bettdecke Ich hatte einen Albtraum Was? Ich soll wieder in mein Bett gehen? Willst du mich verarschen? Hier, Alter, komm Ich stehe mal auf Meine Güte Ich soll ernsthaft wieder ins Bett gehen Ja, gut Wir gehen mal noch eine Runde ins Bett schlafen, würde ich sagen Sehr interessant Ich kann rockstar dance until I drop My life is so hard if my hope is the club My stage is the dance, your party never stops Ich soll wieder auf Ich soll wieder auf